ach so hier ja das war ja moment jetzt sollte sich das gleich widerlegen na warte mir ist besser da war gerade so ein bisschen was ist das zwei waren das 144 müssen wir halt den weg einmal hier rumbauen das habe ich nicht verbunden äh ich könnte nochmal so machen zack zack zwei walzenfelder brauchen wir noch dann kann ich nämlich nochmal so machen einmal zack zack hier noch eins hin sieht das aus ja komm eine davon und zwei brauereien noch zack das passt da nicht hin aber hier so das problem wird jetzt aber sein wir brauchen hier eine feuerwehr feuerwehr so ja komm mal das geht da nicht hin deswegen hier nochmal eins hin wie sieht das generell mit der feuerwehr gerade aus hier haben wir keine guck mal wie die hier mal noch rumlaufen äh feuerwehr einmal wieder auswählen so wie sieht es denn aus ja gut da hinten brennt es eh nicht ach schon hier bräuchten wir eigentlich noch eine sicherheitshalber okay wie sieht es mit der polizei aus zack zack ja das reicht bis hier hin ich glaube aber ich mache hier einfach nochmal eine hin und dann da hin die lager ist schon wieder voll kirche das reicht auch noch nicht so ganz ne da da das machen wir so und spielstand gespeichert wie sieht es aus jetzt sieht das bier noch 870 schnapps fehlt wie war das damit eigentlich eins zu eins könnten wir hier eigentlich noch eine schnapps brennerei hinbauen jetzt kriegen wir das problem da oben wieder so reicht 4 da drauf da drauf naja die laufen ja auch durch die gegend das hier sollte ich wohl besser einem stadtmenschen vorlegen ich hätte da eine ehrliche arbeit für sie wildtiere finden und holen sie wildtiere 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 die ernte fährt ein schön und da witz aus machen wir hier noch eins hin so naja das soll hier irgendwo sein mit wildtiere wow ich finde das mal wieder ne ich werde mal warten so ein bisschen die annehmen vielleicht hier irgendwo eine wirkliche wildnis was sehe ich ihre wo wo sind die voll verschwunden einfach Wilde Tiere jagen die Hennen Das ist schon mal ein Tipp Kuck 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 Was sagen die die denn? Kuck mal Kuck mal vor den Menschen Du bist das nicht Überhaupt nicht Wo ist das denn? Das kann auch wieder in der ganzen Stadt sein ne? Ach da Ich wünschte ich könnte ihre Güte mit einer Gans vergelten Aha So Wie siehts aus Guck mal grün Warum die Kirche nicht? Kirche Haben sie ja Äh Warte ich hin Hatte ich hier nicht noch eine hingesetzt? Ich war der Meinung ja Passt da nicht hin Aber da Super Ah guck mal das wird voller 100% Schnapsbrennere Schnapsbrennerei fehlt noch 100% 3-3 Wie hab ich denn von den Kartoffeln gesagt? Das geht dann auch wieder besser Er läuft da lang und füllt sich und füllt sich und füllt sich und wohnen wir zu eigentlich ins Lager Ok Gucken wir das dann gleich aussieht Wie siehts hier aus? Aha Wisch Sehr schön Wir können halt hier noch keine Paprika Dafür müssen wir halt erstmal die neue Stufe kriegen Äh Ja wie lange ich einfach aufnehmen ne? Irgendwas fehlt immer Ja Ich hoffe Ah Kaufen können die ruhig weniger davon Na die können wir grad gut gebrauchen Und dem hier verkaufen Und dem wir eh kaum was haben Was echt schlimm ist Bier wieder Aber ist 100% Versorgung stabil Wir haben einfach zu viele Leute 96% 97% Ich will das doch einfach nur mal upgraden Nein Gucken wir Ja Das fehlt halt auch noch Genau so wie das mit dem Brot Hm Minus 0 Minus 1 Minus 0 So Warte mal Meine Stiefel sind durch Ja Machen wir eben mal hier noch auf 10 Mal ein bisschen erhöhen Äh Sei nicht schon zufrieden Stell dich nicht so an Mhm Mhm Ich setze dich immer noch so an Komm Heul doch Lost Besser Gone ganz besser. Jetzt fehlt noch der Schnaps. Gut, der Brot. Das Brot fehlt noch, ne? 92. Ah, da. Sehr schön. Zeitalter der Handwerkskunst. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Hat ja lang genug gedauert. Ich wünschte mir, dass mein Volk einmal so aufblüht wie ihr Sommergarten. Wir machen das jetzt noch fertig. Das Schiff bauen. Hängt ja alles nur von den Leuten ab, die man so kriegt, stimmt's? What the fuck? Was spinnst du da rum? Ah, dann können wir die nämlich abschließen. Und ist die endlich fertig? Weiß, Handwerk. Fenster. Quasgrube. Das ist halt der Sand. Wie ist das mit dem Fenstern denn? Äh, sag mal. Zwei Quasgruben. Spielstand gespeichert. Zwei Glashütten. Das Problem ist, das macht wieder Mist. Deswegen. Da fragte ich das mal hier hinten hin. Dann brauchen wir noch vier Fensterfabriken. Eins, zwei, drei, vier. Dafür fehlt uns halt gerade das... Ne, was fehlt uns? Das Gator. Dann ist das halt aber schon mal soweit. Grathaus. Zwei, fünf. Aber Glas wollen wir halt auch davor. Ah, Weg. Zack. So. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wo? Ach, da. Die Feierlichkeiten sind beendet. Okay. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Oh. Die Flammen sind außer Kontrolle. Nö. Sind sie nicht. Lügt doch nicht. Hier kann sich meine Seele entfalten. Meinst du? Hm. Uns fehlt halt gerade das Geld. Hier. Äh... Paprika Farm. Die Flammen wurden gelöscht. Was brauche ich dafür eigentlich? Viel Geld. Das brauche ich dafür. So. Und steht das da schon mal. Und ich müsste mich dann erstmal... Darum kümmern, dass ich Geld kriege gerade. Das Schiff jetzt fertig? Nee, das dauert noch ein bisschen. Machen wir kurz auf schneller. Aber dann ist das nämlich schneller fahren. Fertig. Zumindest so ein bisschen. Dann sieht man auch das ganze gewuselt hier. Guck mal, wir stehen dabei immer noch. Und jubeln. Ja. Hm. Können die halt noch weiter upgraden. Äh. Oder auch nicht mehr. Immer so feins sind. Na komm. Na. Komm, 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 komm. Schiff vom Stapel gelaufen. Dann... Ihr Unternehmen floriert. Sie werden immer mehr zum Ebenbild ihres Vaters. Friede seiner Seele. Die Poseidon. Haltet sie auf Kurs. Wie schnell ist das Schiff eigentlich? Relativ schnell. Poseidon. Diese Name immer, ne? Gute Fahrt. Guten Dulcina. Vollkühner Tümmel. Blutkeimer. Fliegender Dodo. Mosquito. Delphi. Rowa. Und die Poseidon. Die Name. Oh, sagen Sie nicht, dass ich einen Termin... Danke. Diese Verstärkung wird Ihrer Majestät gefallen. Obwohl meine Hoffnung bleibt, dass es nicht zum Krieg kommt. Yay. Ich wollte es Ihnen zuerst nicht sagen. Doch nun... Ich habe Gründe dafür anzunehmen, dass Ihr Vater ermordet wurde. Und der Mörder, sein ehemaliger Zellengenosse, läuft frei herum. Es heißt, er verstecke sich und bereite sich auf seine Flucht in die neue Welt vor. Okay. Jemand versorgt den Mörder von Madame Cahinas Hafen aus? Dem sollten wir nachgehen. Was ist das? Neue Errungenschaft. Wieder ein Geschäft. Das ist auch ein neues Kapitel, oder? Noch nicht. Nee, noch nicht. Gut. Weil ich würde sagen... Hier werden die Postkarten muss und ihr wisst, was das dann heißt. So wie immer. Ja. Hm. Okay. Wee. Da ist die andere Stadt. Gut. Aber damit würde ich dann sagen... Werde ich hier die Aufnahme erstmal beenden. Erstmal ist gut. Wir sind bei fast vier Stunden jetzt. Aber allmählich... Würde ich auch schon so richtig einen Matsch stellen. Da wäre, ne? Weil nach der Arbeit... Und dann noch aufnehmen so lange... Naja... Na gut. Aber dafür würde ich sagen... Bedanke ich mich fürs Zugucken. Wenn euch das gefällt... Lasst immer schön einen Daumen da. Daumen nach oben. Kommentiert das ruhig. So wie ihr Lust habt. Und ja, dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal bei... Anno1800. Tschau tschau tschau. Und ach ja... Hier haben wir uns so richtig schön gerettet noch. Vor dem Bankroll. Tschau. Anno1800. Anno21. Und jeh crops, wenn... Anno1800. Dann soll das... Und ich mec! Und ich weiß ja, dann würde mal bei dir mal bei dir sein. Und Al ihre Sache haben.